Ich begrüße Sie bei Mellies Immobilien. Mein Thema heute lautet das Baulastenverzeichnis. Das Baulastenverzeichnis ist ein öffentliches Register, in dem sogenannte Baulasten eingetragen werden. Eine Baulast ist eine freiwillige Verpflichtung des Grundstücksergentümers, etwas zu tun, zu dulden oder zu unterlassen, was eigentlich nicht im Baugesetz steht. Diese Verpflichtungen können sich auf das eigene Grundstück oder auch auf ein benachbartes Grundstück beziehen. Beispiele für Baulasten. Zuwiegungsbollast. Ein Eigentümer verpflichtet sich, anderen Personen oder einem Nachbarn den Zugang über sein Grundstück zu ermöglichen, zum Beispiel, weil das Nachbargrundstück keinen eigenen Zugang zur Straße hat. Abstandsflächenbollast. Der Eigentümer erlaubt, dass ein Gebäude näher an die Grundstücksgrenze gebaut wird, als es normalerweise erlaubt wäre. Stellplatzbollast. Ein Grundstückseigentümer verpflichtet sich, Parkplätze für ein benachbartes Gebäude auf seinem Grundstück bereitzustellen. Warum ist das Baulastenverzeichnis wichtig? Das Baulastenverzeichnis ist wichtig, weil es sicherstellt, dass solche Verpflichtungen festgehalten und für jeden sichtbar sind. Wenn jemand ein Grundstück kaufen möchte, kann er im Baulastenverzeichnis nachschauen, ob es besondere Verpflichtungen gibt, die den zukünftigen Gebrauch des Grundstücks beeinflussen könnten. Unterschied zum Grundbuch. Während das Grundbuch vor allem Informationen über Eigentum und finanzielle Belastungen, wie Hypotheken, enthält, geht es im Baulastenverzeichnis um baurechtliche Verpflichtungen, die freiwillig übernommen wurden. Beide Register sind wichtig, aber das Baulastenverzeichnis speziell für den Bereich des Bauens und Nutzens von Grundstücken. Wer kann das Baulastenverzeichnis einsehen? Ähnlich wie beim Grundbuch kann das Baulastenverzeichnis von jedem eingesehen werden, der ein berechtigtes Interesse hat, zum Beispiel von Kaufinteressenten, Eigentümern oder Nachbarn. Zusammengefasst, das Baulastenverzeichnis ist ein Register, das spezielle baurechtliche Verpflichtungen auf einem Grundstück festhält. Diese Verpflichtungen können den Gebrauch eines Grundstücks beeinflussen und sind daher besonders bei Grundstücksgeschäften wichtig. Ich hoffe, dass ich es einfach erklärt habe.